Es ist unklar, dass du Angst hast. Alter, schau dir mal die Waffen durch, die ist deine Redefeste MP von allem. Hab' auch gesehen, ja. Ungefähr, ja. Ist mir auch aufgefallen. Ich hab' jetzt die MP40 freigeschalten. Ist viel besser. Ja, hab' ich auch eins freigeschalten. Was, die MP40 ist besser? Ja. Na, nur von der Präzision, aber von Hüftfeuer und von der Steuerung ist sie schlechter. Ist genau gleich bei mir. Präzision ist... Also im Prinzip ist eh die Stein die Beste. Vielleicht spawnen oder die Auto einsteigen. Es lohnt sich mehr mit der Stein. Kann ich mich bewegen? Ich weiß nicht, du musst kurz warten. 3, 2, 1, 0. Pass. Einer kriegt gleich mal ein paar Punkte von euch. Ich komm' nicht rein. Wir müssen so viele Ziele erobern und halten sie wie müffig. Ich bring' auf, ey. Hahahaha. 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 Alles steht am Auto. Alter. Wieso fährt denn der Totl, Leute? Was, der Totl fährt einfach nicht. Scheiße, warum gefällt. Wenn der Totl nicht fährt. Wetten, es geht sich nicht aus. Wetten, es geht sich nicht aus. Wetten, es geht sich nicht aus bei Peter, dass ich die Punkte noch krieg. Ich bin bei ihr, meine Girl. Ja, du. Du bist unnötig. Ich hab's noch aufgefahren. Hab, ich muss ja alles zu Fuß. Yallah Habibi, eh kriegen wir noch, eh kriegen wir noch die Punkte. Ah, schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Ah, Maschallah. Ich geh mal nach oben. Ich würde mal fix sagen, die kommen fix von der einen Seite dann. Dass wir das Haus gleich einmal begutachten. Das ist nicht ganz gut. Nein. Ich bin von der Worte. Ich kann dich nicht übernehmen. Thomas fährt die ganze Zeit herum. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich gebe wenigstens Bescheid, wenn welche kommen. Ich will D. Ich will D holen. Hey Dominik, er ist genau in unserer Position, wenn wir hier mal waren. Ja, ich weiß. Ich habe ihn. Ich bin D, mein Mann. Zwei habe ich. Wir haben jetzt genügend Ziele gesichert um den Kampf. Alle beide habe ich. Pass. Pass. Ich gehe mal zu D, oder? Aber du hast genau zwei wie wir. Ja. Ne, bin ich mal gemacht. Ja, D, D ist eh wurscht. Komm, wenn ich mal hin. Ob der Feminat, der rum ist. Wir haben das Ziel verloren. Aber wir könnten Richtung B schauen, weil B nehmen sie schon wieder. Soldaten! Wir haben das Ziel auch! Weil wenn es B einnimmt, dann kommen sie auch in die Richtung. Aber D sind auch viele, Mann. Wenn sie B B sind, kommen sie auch uhrleicht zu E. Ja. Ja. Das ist ein falscher Weg. Kam da raus. Ja. Also B haben sie schon. Also ich habe dabei überhaupt noch keinen gesehen. Von den Gegner her. Der Feist hat die Kontrolle über die Schlacht. Erobert seine Ziele! Boah, da werden wir ja eh schon jeden gefickt. Passt? Neulich haben wir jetzt gedacht, das wird ja zu schwer. Hab ja auch geglaubt. Mein Weg nur hin und fertig ist. Immerhin Punkte. Immerhin. Ja, aber jetzt kommt sie dann fix von der Kirche. Warte, die sind da hinten hinten. Die kommen jetzt fix von der Kirche dann. Sind wir da? Wo? Back hier. Da. Hier. Hacke bitte. Leute, da ist ein Busch drinnen. Scheiße. Da liegen alle wie die Nubel weiter. Geht's höher? Danke man. Sind sie jetzt alle hinig oder nicht? Sind sie jetzt eigentlich hinig? Ja, das freu ich mich ja selber grad. Ja. Ja, schaut eh so aus. Alle sind hinig. A wird eingenommen, A. Ja, wurscht. Machen wir gleich C, wenn wir schon auf dem Weg sind. Ja, okay, passt. Aber nehmen wir den Fluss entlang. Gehen wir den Fluss entlang. Weil dann tun wir's ein bisschen so. Ey, wartet auf mich. Ja. Von irgendwo ist der Typ jetzt gestorben. Wo ist Tobi, Alter? Ganz hinten. Ich prob' eh, oder? Polizei. Aufpassen, gell? Schieß'n eh schon. Schieß'n eh schon von der linken Seite schieß'n. Von B. Warte, die haben hier... Gehen wir weg bei B, haben sie fast schon B wieder. Ja, nehmen wir aber noch C, wenn wir schon uns den Weg machen. Aber die kommen von Richtung... Und die kommen von Richtung B sogar. F**K! Sniper, aufpassen, oben! Ich bin getroffen! Hilfe! Aufpassen, Sniper! Oi, scheiß Flieger, Skizernass! Ich bin verletzt! LOL! Bist auch mehr jetzt, Tobi, oder? Na? Ja! Ich... Bin grad da noch halbiert am Stern. Ja! Vergiss! Hau denn! Ja, ich versuch's eh grad, aber... Ich bin sicher nicht, das ist das Problem. Oben bei der Kirche, oben bei der Kirche, dann scheiner! Ja! Ja, jetzt... Jetzt bin ich sehr... Nein, doch immer gleich! Ich bin doch immer am Überleben, Alter! Wie oft kannst du mich noch wiederbeleben? Alter, wo sind die Leute? Ich sehe keinen Leute, die ballen irgendwie mit Snipern, Leute. Warum ist da unser Truppführer jetzt? Warum ist da einer jetzt der Truppführer, der Behinderte, gleich raus mit dem? Ich heu ihn gleich raus, wieso ist denn der Truppführer? Schmeiß ihn weg? Schmeiß ihn weg. Ja, mach ich jetzt. Mach. Nein, geht nicht. Ich kann ihn nur stumm schalten. Ah, Snapper! Ich trau ihn schon. Wo ungefähr? Wo? Sag, geht, Junge. Beim Panzer. Irgendwo in die Richtung. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Einen hab ich. Kannst noch mal killen, wo der Nix ist? Aber auch ein, Leute. Jetzt sind ich diesen Scheiß rügeln, Leute. Wo die grünen Gebüsche sind. Bei F zufällig in der Richtung. Wo das grüne Gebüsch ist. Da ist alles drin. Die ganze Länge. Die ganze Länge, nicht das gelbe, Leute. Ach so, die Länge, wo der Fluss ist, gell? Ja. Einer hat mich nicht einmal gesehen, und ich bin vorbeigelaufen. Loll, da ist noch einer. Wo, 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 wo. Die sind ja behindert, Leute. Hinter mir, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Beim Gebäude, äh, bei der Mini-Hütte, Alter. Aufpassen. Habt ihr ihn? Perfekt. Habt ihr ihn? 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 Einen hab ich, einen hab ich, ja. Einen hab ich auch. Passt, dann geh ich aber zur Hütte jetzt, und schau, ob da noch irgendein Dschuxel ist. Und dann geh immer Richtung F, damit wir auch noch die Punkte grimmeln. Weil für was verteidigen wir die ganze Scheiße hier. Oh, da ist der Scheißflieger. Passt. Ach du Scheiße, aber gut. Gut gemacht, Jungs. Geh immer wieder zu C, oder? Weil bei C komm ich sicher nachher. Ja, also probieren wir es dann, oder? Geh bitte. Von hinten, oder was? Gibt's ja nicht. Scheiße, Alter. Ja, gehen wir jetzt zu... Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt hin. Da ist er, oder? Ja, das habe ich echt. Nein, ich mein, den Wichsenmann hat mir ihn auf hinten angeschossen, und er ist auf einmal weg. Lol. Da, dann, wo gehen wir jetzt hin? Zu B, A oder D? Zu B, oder? Zu B. Ja, hätte ich auch gesagt, ja. Ich bin normal bei der Kirche vom Alter. Ist der nicht näher? Der ist doch näher bei uns, oder? Nein, nein. Ja, wenn sie B haben, können sie nachher E und C einnehmen. Ja, das ist ja das. Wenn sie B haben. Ich warte einmal auf euch, okay? Bei Chilic, wenn ihr dann kommt. Schon langsam. Ja. Knapp hinter uns. Oben im Haus. Das sind mir die Ziegel. Okay. Der ist bei F, oder was? In der Richtung. Da, da, da. Oben, oben. Okay. Ich schau, was ich machen kann. Aber. Passt. 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 Drei Leute gehen hoch wegen einem Typen, oder? Ja, Blibs, Alter. Ausräuchern. Ausräuchern. Sind vergasen, alles gleich weißt. B, D geklärt. Ja, B, D aber auch. A halt nicht. Warte. Bei mir sind sie. Die sind wir. Alter, jeder Baller drauf. Und jeder schießt daneben. Ja, Alter. Bist deppert, Alter. Für das, dass wir eigentlich so viele eingenommen haben, drücken sie uns aber trotzdem noch gut stark. Da ist wieder oben in unserem Gebäude. Unser Gebäude, wo wir haben einen Wahnsinn, wieder zwei Leute. Einen hab ich, einen hab ich. Gehst du hin oder soll ich? Warte. Passt. Oh, passt. Danke, Mann. Perfekt. Da hat Win, da hat Wincenti. Ich sehe ihn, ja. Ja, ich sehe ihn auch. Passt. Passt. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ist sauber, ist sauber. Noch einer, noch einer. Wo? Noch einen oben. Da oben. Da oben ist gar keiner. Das bin ich. Noch einer, noch einer. Du gehierter, Alter. Du gehierter, Alter. Ich hab keine Munition, ich muss jetzt mit Pistole rumlaufen. Ja. Du musst dich eh versorgen, oder? Nein. Er ist ein Täter. Du bist deppert, Alter. Wurscht. Ich hab keinen Bock mit Pistole rumlaufen zu spielen, Alter. Da war er, geht es sich eh noch raus. Ja, ist egal wie ich mit dir. Ja, geh mal D. Ja, geh mal D. Ja, geh mal D. Ja, geh mal D. Ich bin für dich da. Das ist richtig. Ach, da will ich einmal jemandem helfen. Was kommt denn jetzt für eine Scheiße, Alter? Was? Da wollte ich auf Leihwandzeilen nur einfach ihm helfen. Ich hab immer gedacht, ich helfe denen so. Sind welche beim Panzer da vorne? Thomas. Ach, Markierung. Ich hab auch keine Mühe zu haben, Alter. Da war auch keine Mühe zu haben, Alter. Na ja, vorlich auch nicht mehr. Fuck, von hinten aufpassen. Von hinten. Ähm, wo es gelb ist. Da ist ein Pfaffler. Mist. Komm her, komm her, komm her. Alter, wir drücken sie bis dappert. Bis du dappert alle Ziele erhobert. Passt. Ja, Mann. Ich helf dich. Einer ist aber noch da. Ein Gegner. Oh, fuck, nein. Eine liegt im Gras. Was? Passt. Jetzt kommt man sich schon mit dem Fahrzeug. Danke, Mann. Warum bist du versorgt? Ich dachte, du nimmst nachher, ähm... Dings. Ja, aber ich hab noch so heftig gefallen. Ja, aber das scheiße, Alter. Jede Sanität ist auch mal... So, jeder kann mich jeden wieder belögen. Ja, aber nicht so mit dem Tun geben. Mist. Mist. Perfekt, Bro. Perfekt. Oh, das ist ein nicht verbies? Oh, Scheiß, Alter. Oh, Scheiß, Alter. Scheiß Granatenwerfer, Alter. Scheiß Granatenwerfer. Achtung. Wir haben zu eben die Granaten. Da kann man sich nicht mehr hinlegen, da wird zugeballert. E wird gerade eingenommen. Bin bei. Pass dich auch. Wir haben den Friedrich eingenommen. Achtung, wir haben die Levis verloren. Okay, wie viele sind überhaupt hier? Na ja, so viele sind es eh nicht. Einer ist es nur, aber wo ist denn der Wichser? Ah, jetzt sehe ich schon mehr. Da hat die Grundversammlung. F und D und C haben sie jetzt auch schon. Gehen wir gleich zu F. Da hat der Panzer, der Panzer hat es da erobert. Einen habe ich. Aber es sind noch zwei, es sind noch zwei da. Ein Gebäude in der Mitte. Ich bin für dich da. Leck mich. Leck mich fett, ich bin bei dir. Boah, da hat der Mann. Wo war er? Da. Boah, jetzt werden wir wieder hier zugeballert. Da hat der Pistonarisch. Abnormal wie viel da jetzt kommt. Jetzt kommt eine Granate. Jetzt werde ich fix mehr gehen. Ich bin gerade beim Erhobern. Und bei mir fallen sie überall rein. Ja, ich glaube, da nehmen wir. Schön brav ruhig bleiben. Es geht sich aus. Es geht sich aus. Ja nicht bewegen, was? Ja nicht bewegen. Ja, genau. Ja nicht bewegen. Ja nicht wissen. Bei uns ist das ganze Feld, weil es da halt leer geräumt. Ich weiß halt. Warte mal, wir sind es so leid. Jetzt haben's dann wieder B. Uh, Sanitäter, Nummer 7. Yes. Gehen wir B, weil E auch scheitern genommen wird. Braucht ihr Ammonition? Ähm, ja, gibt Gönnung. Danke. Danke, Mann. Los. Räuber! Wo? Wo? Furze! Danke, Mann. Ja, ist dort im Gebäude, gell? Alle unten im Haus. Ja, unten im Haus, da. Achtung! Gefahr! Ich hab da mal! Ja, ich sehe keiner mehr da. Gut aufgeräumt. Ja, ich sehe keiner mehr da. B wird gerade. Ah, es wird gerade eingenommen. Von E gibt's welche, es gibt bei E welche. Fast. Ja, B, gehen wir zu B. Gehen wir zu A, oder? Nein, bei B wird gerade eingenommen. Achso, B. Gibt's wieder fette Punkte. Scheiß auf A. Dobi, weißt du, du kannst Charakter wechseln, der muss dich dir vorspielen. Hey, ich mach keinen Charakterwechsel. Oh ja, kannst du eh. Heißer war, ich hab das nicht gefunden. Ich hab diesen Helmut genommen, Alter. Achso, das, ja, ja, das kannst du auch machen. Du, du kannst auch einen Schwarzen nehmen, ich glaub sogar einen Asiaten. Du kannst männlich oder weiblich aussuchen. Du kannst sowieso viel. Gehen alle mehr von euch, wieso? Jetzt würde ich sagen, gehen wir zu A, oder? Gehen wir. Ja, zu A, gehen wir. Was, einen hab ich, die sind genau dort im Gebüsch. Dort. Markieren, markieren. Hier hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Die sind alle dort. B, zwei hab ich. Ist noch einer da. Ja. Äh, so kann man Charakter markieren, Leute. Kann ich mir nur so scheiß Position angeben. Ja, scheiß auf das. Hauptsache markiert. Ich brauche meine Munition, Leute. Munition, wenn's geht, bitte. Ja. Thomas. Danke. Danke. Äh, C und alle, sie sind zu uns eingenommen worden. Sind überhaupt noch welche anwesend? Ja. Na. Ich weiß nicht. Nein, sind eh keine mehr anwesend. Alle, alle laufen da nach hin immer. Alle laufen in der Wiese. Ich seh'n große Gruppe rum. Ich hab gesagt dann. Warte, da ist, da sind welche, da sind welche. Aufpassen, da ist Gefahr. Wo? Da, da. Da sind sie markiert. Ja. Fuck. Scheiß Flieger, Alter. Scheiß verbrunster Flieger. Wir brauchen Sanitäter. Na, also schau. Warte, ich wiederbelebe. Nein, 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 ich wiederbelebe. Pass, pass, pass. Pass, danke, pass, danke. Pfui. Ehrenmann, Ehrenmann. Ja, ich busch durch und gehen wir. Okay, wohin jetzt? Zu D. Zu D. Und aufpassen beim Berg, beim Berg waren viele jetzt. Aufpassen, der Flieger ist der Ur-Wichser. Ja. Das ist er. Warte, ist einer. Das ist einer gewesen. Da war welcher. Da, links bei dem Turm. Nein, ist keiner mehr vorhanden. Ah, hoffentlich kommen noch Punkte. Ah, bitte. Ja. Ja. Da war's dann... E hätte ich gesagt, oder? Das wäre das nächste. Oder der Flieger. Oh ja, geh mal zu E, weil E ist das nächste. Ah, da fangst du's auch hier. Ah. Ah, fang genau vor der Fresse. Das gibt's ja nicht. Wohin? Scheiße. Ich würd sagen B, oder? Aber das brauchen wir bei A. Wird das so dein genommen. Muss ich mal schauen, wie spät's ist. Ah, 13 Uhr geht er. Boah. Hauptsache der Traktor ist hier nicht. Ahaha. Irgendwo... Die sind schon hier. Die sind schon hier. Dann hol' ich mal gleich mal ein bisschen Munition. Ich kann nix warnen mehr jetzt. Also ich find, dieses Mal haben wir's ordentlich zerfickt. Bist'n Harisch. Ja, oder? Heftig. Ich hab' dich gefördert. Ich hab' dich gefördert. Aha. Schau, ich bau jetzt was. Batti will auch bauen. Da kann man richtig schön geil bauen, alter. Geiler Stützpunkt. Nicht schlecht. Kann man zu einem richtigen Stützpunkt das machen, alter. Wenn man uns gut verteidigen will. Wo gehen wir jetzt hin eigentlich? B wird eingenommen, E. Geh mal E, das ist sicherer Seite. Warte, vor uns. Beim Stein. Also ich habe nicht einmal Hilfe erzählt. Haben, der hat unseren Hoverer abgeschossen. Ich hätte sogar gesagt gehabt, gehen wir gleich die Richtung dort. Ja, hier dort wo Thomas ist. Aber geh nicht zu viel allein Thomas. Pickt mein Leben. Hätte fast dropped hat gegeben. Abends. Wir sind zugegeben. Ich habe ein Schluck nochmal hier oben. Der Panzer ist auch am Start. Ja egal, haben wir. Haben wir eh schon, Jungs. Haben wir eh schon. Aber jetzt ist es scheißegal. Ja Stüger, wann musst du denn eigentlich aufhören? Karl, scheißegal. Wegen der Kachpaar. Ist mir egal, Mann. Ist doch scheißegal, du bist so behindert, Alter. Gehst du auch nach wo hin? Ja, nach Stockerau. Wann? Keine Ahnung. Solange wir halt noch zu dritt sind, würde ich noch spielen. Aber spätestens so um 15 Uhr würde ich fahren, oder 16 Uhr. Nein, ich glaube ich würde auch um 16 Uhr. Ich würde den Typen auch gerne raushauen. Aber es geht nicht. Ja, es ist Zeit, dass wir sich um 16 Uhr vielleicht treffen können, weil irgendwie, ich muss noch ein paar Sachen machen und so weiss. Ich muss noch ein paar Sachen machen zu seiner Freundin. Hey, Astorau. Ein und zwei drei. Dea. Scheiße. 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 Ich glaube ich. Schaut man das nachher? Ich gebe mich null aus. Wo macht man das aussehen? aus den enden charakter dann passen das aus den enden du achtest sie immer nur aufs aussehen da passt es bei dir